Hallo miteinander, wir haben 6 Uhr am Morgen, an einem Sonntag, sehr aussergewöhnlich, da ich jetzt um diese Zeit hier stand, aber ich habe einen komischen Schlafrhythmus gerade mal. Ich bin jetzt gerade eine halbe Stunde Sport, vor einer halben Stunde war die blaue Stunde. Das ist dann, wenn der Himmel und die Landschaft etwa die gleiche Helligkeit haben. Und da ist eigentlich die perfekte Situation meiner Meinung nach, um die Drohne wieder einmal zu steigen zu lassen. Ich habe gerade die Möglichkeit, sie hier zu haben. Und da habe ich gedacht, wäre eigentlich optimal, wenn wir sie mal am Morgen oder zur Abend um die blaue Stunde herum steigen lassen. Und da ich jetzt gerade wach bin, probieren wir das jetzt mal. Und los! bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017